Auf das Hinauf- und Hinab-Heiraten bzw. Deten, da bin ich ja schon öfters eingegangen. Frauen deten und heiraten dort, wo Sicherheit, Beständigkeit, Macht und Einfluss geboten sind. Also hinauf hin zu den Qualitätsmännern. Warum? Weil's potenzielle Nachkommen ein sicheres Aufwachsen garantiert. Du bekommst also Bonuspunkte von ihr. Erstens, wenn du konkurrenzfähig in deinem Leben bist, du also selbiges im Griff hast und zweitens, wenn du soziale Fähigkeiten mitbringst inklusive einem hochwertigen Elternhaus. Beides suggeriert ihr, dass eine Staatsgründung mit dir namens Beziehung oder Familie sinnvoll sein kann. Wie gesagt, ich gehe detailliert auf all das in meinem Buch ein und wenn du bessere Beziehungen führen willst mit besseren Frauen, dann hol's dir einfach.